Der Bundespräsident hat das höchste Amt der Bundesrepublik Deutschland inne. Herr Präsident, sehr geehrte Mitbewerber, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der zurzeit amtierende Präsident, Dr. Frank-Walter Steinmeier, wurde am 12. Februar 2017 mit großer Mehrheit von 931 Mitgliedern der Bundesversammlung gewählt. Man hatte aus der Geschichte gelernt und wollte es durch rechtsstaatliche Mittel unmöglich machen, dass sich noch einmal ein solches Unrechtsregime wie das der Nazis in Deutschland entwickeln konnte. Der Gegenentwurf zum Totalitarismus der Nazidiktatur war die Gewaltenteilung in legislative, judikative und exekutive sowie eine grundlegende rechtsstaatliche Gesetzgebung. Daran ist neben dem Bundestag und Bundesrat, der Bundesregierung, dem Bundesverfassungsgericht, vor allem auch der Bundespräsident gebunden. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes beschnitten deutlich die Macht des Präsidenten, die er während der Weimarer Republik gehabt hatte und die nicht zuletzt für ihre Beendigung durch den Nationalsozialismus eine große Rolle spielte. Der Reichspräsident konnte am Ende der Weimarer Republik mit Notverordnungen schalten und walten, wie er wollte. Er konnte neue Gesetze anordnen, den Reichstag entlassen, das Militär befehligen und allein den Reichskanzler ernennen, was Paul von Hindenburg dann auch mit Adolf Hitler machte. Die starke Rolle führt vor allem daher, dass er direkt vom Volk gewählt wurde. Ein solch katastrophales Szenario sollte es nie wieder geben. Und so ist heute die Rolle des Bundespräsidenten im Wesentlichen eine Repräsentative. Er macht lediglich dem Bundestag einen Vorschlag, wen er zum Bundeskanzler wählt. Er wird auch nicht mehr direkt vom Volk, sondern von der Bundesversammlung gewählt. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz im Museum König in Bonn verkündet und damit war auch die Arbeit des Parlamentarischen Rates beendet. Die eigentliche Macht in Deutschland liegt bei der Regierung, bei der Kanzlerin, bei den Bundesministern in Verhältnisabstimmung mit dem Parlament. Und der Bundespräsident hat diese Macht, diese Möglichkeiten, diese Gestaltungsmöglichkeiten so nicht. Das muss jeder wissen, der das Amt des Bundespräsidenten anstrebt oder ausführt. Aber er hat eben eine andere Macht, Einfluss zu nehmen, wie man in der Welt Deutschland repräsentiert. Wie weit man auf die jeweiligen Sichtweisen des Landes, das man besucht, eingeht, wie weit man Deutschland dort erläutert, erklärt, was unsere Vorzüge sind, was unser Ansatz ist, Frieden in der Welt zu befördern. Ein Bundespräsident hat natürlich Macht, wenn er das Wort nutzt und Aussagen macht, auch zu provozieren, zu polarisieren. Es gab verschiedene Reden von Bundespräsidenten, die als historische Reden in die Geschichte der Bundesrepublik eingegangen sind. So die von Theodor Heuss bei seiner Amtseinführung 1949, der sich deutlich gegen den genormten Menschen nationalsozialistischer Prägung aussprach. Und so begreife ich, wenn wir das zentralistische, befehlsmäßige ablehnen, die Gliederung, in der wir leben, als die großen Schulungsmöglichkeiten und als die Voraussetzungen zu dem, was ich eine lebendige Demokratie nennen möchte.